hi ihr ich weiß nicht ob ihr schon wusstet in unserer app ist auch ein neuer digitaler mitgliedsausweis beinhaltet diesen findet ihr genau hier hier mitgliedsausweis der sieht in meinem fall genau so aus diesen könnt ihr nutzen für verschiedene vergünstigungen zum beispiel als eintrittsnachweis mitglied in die sporthalle für mitglieder oder ihr bekommt vergünstigungen im kursstudio auch für andere veranstaltungen zum beispiel unsere swr1 disco könnt ihr euren nachweis über diesen mitgliedsausweis erbringen in der zukunft haben wir noch weiteres geplant für diesen ausweis also meldet euch an im profil und holt euch euren mitgliedsausweis